der der schöne frische morgen des nächsten tages trug sein teil dazu bei den trübseligen ersten eindruck von baskeville hall etwas zu verwischen als sir henry und ich am frühstückstisch saßen flutete das sonnenlicht durch die hohen bogenfenster herein und warf bunte farbenflecke von den wappen womit die scheiben bemalt waren auf diele und wände das dunkle holzgetäfel glühte in den goldenen strahlen wie bronze und wir konnten uns kaum vorstellen daß wir in demselben zimmer saßen welches am abend vorher unsere seelen so trübe gestimmt hatte mich düngt wir selber haben die schuld daran gehabt und nicht das haus rief der baronet wir waren ermüdet von der reise und kalt von der langen wagenfahrt deshalb kam uns das haus so grau vor jetzt sind wir frisch und munter und auch das haus sieht wieder ganz heiter aus und doch kam nicht bloß unsere einbildungskraft ins spiel antwortete ich haben sie nicht zum beispiel jemanden ich glaube es war eine frau während der nacht schluchzen gehört das ist sonderbar was sie da sagen es kam mir nämlich als ich halb eingeschlafen war vor als hörte ich so etwas ich wartete ziemlich lange aber es ließ sich nichts mehr hören und ich nahm daher an es wäre nur ein traum gewesen ich hörte es ganz genau und bin sicher daß es in der tat das schluchzen eines weibes war wir müssen uns sofort danach erkundigen er klingelte und fragte barrymore ob er uns über unsere wahrnehmung aufschluß geben könnte es kam mir so vor als ob die bleichen züge des kammerdieners noch um eine schattierung blasser würden als sie die frage seines herrn vernahm es sind nur zwei weibliche personen im hause sir henry antwortete er die eine ist die hausmagd die im vorderen flügel schläft die andere ist meine frau und ich weiß bestimmt daß die töne unmöglich von ihr herrühren seine worte waren indessen eine lüge denn zufällig begegnete ich nach dem frühstück der frau barrymore in dem langen korridor wo ihr das sonnenlicht voll ins gesicht fiel sie war eine groß gewachsene frau mit einem ausdruck von gleichgültigkeit auf ihren grob geschnittenen zügen und einem fest geschlossenen ernsten mund aber ihre augen waren verräterisch sie waren rot und sahen mich aus geschwollenen lidern an also war sie es gewesen die in der nacht geweint hatte und wenn dies der fall war so mußte ihr mannes wissen trotzdem hatte er es gewagt eine so leicht zu entdeckende lüge zu sagen warum und warum hatte sie so bitterlich geweint schon umschwebte diesen hübschen blassen schwarzbärtigen mann eine geheimnisvolle atmosphäre er hatte zuerst sir charles leichname entdeckt nur auf seine aussage beruhte unsere kenntnis von den umständen die mit dem tode des alten herrn in verbindung standen war es schließlich doch vielleicht barrymore den wir in regent street in der droschke gesehen hatten der bart konnte wohl derselbe sein nach der beschreibung des droschkenkutschers war jener mann bedeutend kleiner aber bei solchen angaben ist leicht ein irrtum möglich wie konnte ich in dieser beziehung völlige klarheit erlangen offenbar war es vor allem andern notwendig den postmeister von grimpen zu besuchen und mich zu vergewissern ob das telegramm wirklich an barrymore zu eigenen händen abgeliefert war mochte die antwort ausfallen wie sie wollte jedenfalls hatte ich bereits etwas an sherlock holmes zu berichten sir henry hatte nach dem frühstück zahlreiche papiere durchzusehen so daß die zeit für meinen ausgang günstig war es war ein angenehmer spaziergang von vier meilen ich wanderte am rande des moors entlang und kam schließlich nach einem altersgrauen dörfchen worin sich zwei größere gebäude das wirtshaus und dr mortimers haus hoch über die niedrigen hütten erhoben der postmeister der zugleich den kramladen des örtchens hielt erinnerte sich des telegramms noch vollkommen deutlich und sagte gewiß herr das telegramm habe ich genau nach vorschrift an herrn barrymore bestellen lassen wer bestellte es mein junge hier james du bestelltest doch letzte woche das telegramm an herrn barrymore in der hall nicht wahr ja vater ich bestellte es zu eigenen händen fragte ich je nun er war gerade in dem augenblick oben auf dem boden ich konnte es deshalb nicht an ihn eigenhändig bestellen aber ich gab es an frau barrymore selber ab und sie versprach ihm das telegramm sofort zu bringen bekamen sie herrn barrymore zu sehen nein herr wie ich ihn sagte war er auf dem boden na seine eigene frau mußte doch wohl wissen wo er war sagte der postmeister mürrisch hat er denn das telegramm nicht bekommen wenn irgendein versehen vorgefallen ist so ist es herrn barrymores sache sich selber zu beschweren es schien mir aussichtslos zu sein noch weitere fragen zu stellen so viel war aber jedenfalls klar daß wir trotz sherlock holmes list keinen beweis dafür hatten daß barrymore nicht doch in london gewesen war angenommen es war so angenommen derselbe mann der zuletzt sir charles am leben gesehen hatte zuerst hinter dem neuen herrn herr gespürt als dieser nach england zurückgekehrt war was folgte daraus handelte er im auftrag anderer oder trug er sich mit eigenen bösen absichten was für ein interesse konnte er daran haben die beskervilsche familie zu verfolgen mir fiel die seltsame warnung ein die aus dem leitartikel der times ausgeschnitten war war das sein werk oder ging es möglicherweise von einem anderen aus der seine pläne durchkreuzen wollte der einzige beweggrund der sich denken ließ war der von sir henry angedeutete daß die barrymores für lebzeiten ein angenehmes heim haben würden wenn es ihnen gelänge die familie fortzugraulen aber eine solche annahme reichte bei weitem nicht aus um die augenscheinlich tief durchdachten und fein angelegten pläne zu erklären womit der junge baronette wie mit einem unsichtbaren netz umwoben worden war holmes selber hatte gesagt ein verwickelterer fall sei ihm während seiner ganzen ereignisvollen tätigkeit nicht vorgekommen und als ich die einsame graue straße entlang zurückwanderte da betete ich zu gott mein freund möchte sich bald von seinen geschäften freimachen und herkommen können um die schwere last der verantwortlichkeit von meinen schultern zu nehmen plötzlich wurde ich in meinem nachdenken gestört indem ich hinter mir schnelle fußtritte und eine stimme hörte die meinen namen rief ich drehte mich um in der erwartung dr mortimer zu sehen zu meiner überraschung aber war es ein unbekannter der mir nachlief es war ein kleiner hagerer herr mit einem zarten glattrasierten gesicht flachsblond und hohlwangig dreißig bis vierzig jahre alt und mit einem grauen anzug und strohhut bekleidet eine botanisierbüchse hing über seiner schulter und in der einen hand trug er einen grünen schmetterlingsfänger gewiß werden sie die freiheit entschuldigen die ich mir herausnehme herr dr watson sagte er als er keuchend die stelle wo ich ihn erwartete erreicht hatte hier auf dem mohr sind wir leute ohne viele umstände und warten's nicht erst ab daß wir in aller form vorgestellt werden vielleicht haben sie meinen namen bereits von unserem beiderseitigen bekannten dr mortimer gehört ich bin stapleton von mary pit house das hätten mir schon ihr netz und die botanisierbüchse sagen können antwortete ich denn ich wußte bereits daß herr stapleton naturforscher ist aber wie kommt es daß sie mich kannten ich hatte bei mortimer vorgesprochen und er zeigte sie mir vom fenster aus als sie vorbeigingen da wir denselben weg haben so dachte ich ich könnte sie einholen und mich ihnen selbst vorstellen ich nehme an daß sir henry seine reise gut bekommen ist er ist ganz gesund danke wir befürchteten eigentlich alle daß nach sir charles traurigem ende der neue baronet vielleicht nicht hier würde wohnen wollen es ist von einem reichen manne viel verlangt in eine solche gegend zu ziehen und sich lebendig zu begraben aber ich brauche ihnen nicht zu sagen daß für die gegend sehr viel darauf ankommt sir henry hegt doch wohl keine abergläubischen befürchtungen das halte ich nicht für wahrscheinlich natürlich kennen sie die sage von dem höllenhund der das geschlecht verfolgt ich habe davon gehört es geht über alle begriffe was für ein leichtgläubiges volk die bauern hier herum sind vom ersten bis zum letzten sind sie bereit zu schwören sie hätten solch ein geschöpf auf dem moor gesehen er sagte dies mit einem lächeln ich glaubte indessen seinen augen anzusehen daß er die sache ernster auffaßte die geschichte beschäftigte sir charles gedanken in hohem maße und ich zweifle nicht daß sie die ursache seines tragischen endes wurde aber wieso denn seine nerven waren so zerrüttet daß der anblick irgendeines hundes wohl eine tödliche wirkung haben konnte meiner meinung nach hat der herzkranke baronett in jener letzten nacht wirklich etwas derartiges in der taxusallee gesehen ich fürchtete schon längst ihm möchte irgendein unglücksfall zustoßen denn ich hatte den alten herrn sehr gern und ich wußte daß sein herz schwach war woher wußten sie das mein freund mortimer erzählte es mir sie glauben also irgendein hund verfolgte sir charles und er starb aus angst vor dem tier wissen sie eine bessere erklärung ich habe mir noch keine bestimmte meinung gebildet aber herr sherlock holmes mir stand bei diesen worten ein augenblick der atem still aber ein schneller blick auf das unbefangene gesicht und die ruhigen augen meines begleiters zeigte mir daß er es nicht auf eine überrumpelung abgesehen hatte wir können nicht leugnen daß sie uns bekannt sind herr doktor sagte er die berichte von den leistungen ihres detektivs sind auch zu uns gedrungen und sie konnten ihn nicht berühmt machen ohne zugleich selber bekannt zu werden als mortimer mir ihren namen nannte konnte er es nicht ableugnen daß sie der wohlbekannte gefährte des herrn holmes seien wenn sie nun hier sind so folgt daraus daß herr sherlock holmes sich für die sache interessiert und natürlich bin ich neugierig und möchte gerne hören welche ansicht er darüber hat diese frage werde ich ihnen wohl leider nicht beantworten können darf ich fragen ob er uns mit seinem persönlichen besuch zu beehren gedenkt zur zeit kann er nicht aus london fort seine aufmerksamkeit ist von anderen fällen in anspruch genommen wie schade er hätte vielleicht etwas licht in diese dunkelheit hineingebracht die uns umgibt wenn ich ihnen aber bei ihren eigenen nachforschungen in irgendeiner weise von nutzen sein kann so bitte ich sie über mich zu verfügen wenn ich irgendeinen anhalt hätte nach welcher richtung sich ihr verdacht lenkt oder wie sie ihre untersuchungen zu betreiben gedenken so könnte ich ihnen vielleicht sogar schon jetzt nützlichen rat geben ich versichere sie ich bin ganz einfach hier auf besuch bei meinem freund sir henry und brauche keine hilfe irgendwelcher art ausgezeichnet sagte stapleton sie haben vollkommen recht daß sie vorsichtig und verschwiegen sind sie haben mir für meine wie ich fühle unentschuldbare zudringlichkeit eine wohlverdiente zurechtweisung erteilt und ich verspreche ihnen die sache nicht wieder zu erwähnen wir waren inzwischen an eine stelle gekommen wo ein schmaler gras bewachsener pfad sich von der straße abzweigte um sich in schlangenlinien über das moor zu winden zur rechten lag ein steiler mit felsblöcken übersäter hügel der von alters wie ein tiefer einschnitt bekundete als steinbruch benutzt worden war die uns zugewandte seite bildete eine dunkle felswand aus deren spalten und höhlungen farnkräuter nickten und brombeerbüsche hervorlugten in einiger entfernung schwankte am himmel wie eine riesenfeder eine graue rauchwolke hin und her ein mäßiger spaziergang diesen moorpfad entlang bringt uns nach merripit house sagte stapleton wenn sie vielleicht eine stunde übrig haben so könnte ich mir das vergnügen machen sie meiner schwester vorzustellen mein erster gedanke war daß ich eigentlich an sir henrys seite gehörte aber dann erinnerte ich mich des stoßes von papieren und rechnungen mit denen sein schreibtisch überdeckt war ich wußte daß ich ihm beim ordnen derselben nicht helfen konnte und holmes hatte mir ausdrücklich gesagt ich möchte die nachbarn auf dem moor genau studieren ich nahm also stapletons einladung an und wir gingen miteinander den schmalen weg entlang es ist eine wunderbare gegend das moor sagte er und dabei ließ er seinen blick über die langen grünen hügelwellen mit ihren phantastischen zackenkronen von granit hinschweifen des moors wird man niemals überdrüssig sie glauben gar nicht was für wunderbare geheimnisse es umschließt es ist so weit und so wüst und so geheimnisvoll sie kennen es wohl genau ich bin erst seit zwei jahren hier in den augen der einheimischen bin ich noch immer ein neuling wir kamen kurz nachdem sir charles sich niedergelassen hatte aber meine neigungen trieben mich an jeden fleck hier in der gegend genau zu erforschen und ich glaube daß es wenig leute hier herum gibt die sie besser kennen als ich ist es so schwer sich hier zurechtzufinden sehr schwer sehen sie zum beispiel die große ebene da nach norden hin woraus die eigentümlich geformten erhöhungen hervorbrechen bemerken sie irgend etwas auffälliges daran es wäre ein ausgezeichneter platz für einen galopp es ist ganz natürlich daß sie so denken und dieser gedanke hat schon manchem bis jetzt das leben gekostet sie bemerken die hellgrünen flecken womit die fläche dicht übersät ist ja sie scheinen fruchtbarer zu sein als das übrige land stapleton lachte und rief das ist das große grimpener moor ein fehltritt bringt menschen wie tieren den tod erst gestern sah ich eins von den moorponys hineingeraten es kam nie wieder empor eine ziemlich lange zeit sah ich den kopf des tieres aus dem morastloch hervorragen aber schließlich saugte der sumpf ihn doch hinunter sogar in den trockenen jahreszeiten ist es gefährlich über das moor zu gehen aber jetzt nach den herbstregen ist es geradezu ein fürchterlicher ort trotzdem finde ich meinen weg zu den verborgensten stellen und kehre lebend und gesund wieder zurück beim himmel da ist wieder eines von den unglücklichen ponys im sumpf etwas braunes rollte und wälzte sich in den grünen binsen dann schoss ein langer hals in todesangst sich reckend in die höhe und ein furchtbarer schrei hallte über das moor mich überlief es kalt vor entsetzen aber mein begleiter schien stärkere nerven zu besitzen als ich weg ist es sagte er der sumpf hat's zwei in zwei tagen und vielleicht noch viele mehr denn sie streifen bei trockenem wetter überall auf dem moore herum und wissen nie den morast vom festen boden zu unterscheiden bis der sumpf sie gepackt hat ein gefährlicher ort das große grimpener moor und sie sagen sie können sich hinauswagen ja es sind ein oder zwei fußpfade vorhanden die ein sehr gewandter mann benutzen kann ich habe sie aufgefunden aber warum begeben sie sich denn auf einen so fürchterlich gefährlichen boden je nun sehen sie die hügel dahinten das sind richtige inseln seit jahren auf allen seiten von dem ungangbaren sumpf umschlossen da findet man die seltensten pflanzen und schmetterlinge wenn man hinzugelangen weiß da werde ich auch nächstens mal mein glück versuchen er sah mich mit ganz verdutztem gesicht an und rief schlagen sie sich um gottes willen einen solchen gedanken aus dem sinn ihr blut würde über mein haupt kommen ich versichere ihnen sie hätten nicht die geringste aussicht lebendig wieder zurückzukommen auch ich vermag das nur indem ich mir mehrere sehr schwer zu beschreibende kennzeichen gemerkt habe hallo rief ich was ist denn das so